Warum will ich... Wir sind ja echt... Jetzt bin ich erster. Guck dir doch auf der Wäsche, wa? Alle fette Lange auf die Fresse rein. Okay, Dom! Okay, jetzt rein! Oh, war das so awesome! Ich hab's nicht ge... Schafft! Ich hab's nicht ge... Schafft! Ich hab's nicht geblickt. Jetzt wollen wir den Loser machen. Irgendwie wiederholen auf meinen letzten Pisser, ey. Irgendwie... Was wollen? Nochmal! Ich hab mich angezählt! 1, 2, 3! Ich war irgendwie verwirrt, weil ich dann die falsche Richtung... Ja, Tim, was machst du denn? Ja... Jetzt fliegen wir hier beide! Oh, du hast es geschaut! Ja, du hast sie eingeschaut! Ja, du hast es ja ein Geschein! Tschüss, Dom! Ha, ha ha ha! Also, komm! Oh mein Gott! Nicht da reinspielen! Achtung, wie ich da weiß. Achso. Wieso lässt gerade beide sagen? Passiert da irgendwas? Komm doch mal. Komm her. Wir sind die Besten ohne Scheiße. Fragt uns einer, ey, wer sind gute Gamer? Dann sagen wir, ey wir. Ey wir. Ey wir. Was ist denn jetzt? Komm mal her hier. Ey jetzt Domme. Warte, eins. Hast du... Oh, hast du gesehen? Ihr seid so Loser. Ich bin immer oben. Wie ist denn das eigentlich? Ich verstehe. Komm Domme, ich pack dich mal hoch. Komm mal hoch. Aber komisch. Was machst du denn aus? Bleib doch einfach am Arsch vor mir stehen. Spring. Das müssen wir noch irgendwie ausschalten da. Hier ist so ein Teil. Aha. Achso. Mach mal die Wand. Mach nochmal das Ding. Vielleicht fährt die Wand dann hoch und runter. Achso, das meinst du. Entschuldigung. Ahja. Oh Gott. Wo willst du sie? Ja. Und was ist damit? Können wir da jetzt nicht den Fast drauf fallen lassen? Dann so zur Seite packen? Achso. Pass auf. Fahr das bis unter das Ding. Lass das fast drauf fallen. Lass das fast drauf fallen. Dommel, lass uns aktivieren. So. Und jetzt können wir nämlich das hier noch ganz nach unten packen. So. Und jetzt wird das da runtergeschoben. So. Ahja. Ja, wie bist du denn. Ja. Doch, bevor ich jetzt hin muss. Aber das ist einfach zu schlecht. Da ist das Konkurse. Ey, wieso fall ich da eigentlich hin und lass die erstmal runter. Das ist nicht so schlecht. Ja, ohne Witze. Ich trau mich nicht da drüber zu springen, ich hab solche Angst. Ja, 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 come on baby. Come on baby, like, like, like. Wartet auf mich, danke. Tom, ey, wie machst du das? Was weiß ich. Ich mein, ich bin ja schon schlecht in diesem Spiel. Ich krieg's aber auch so hin. Ohne eure Hit, nö. Ja, ich katapultier aber auch immer hin. Wow, wow, weidig! What? Tom, ich hau dich rüber. Ja, scheinbar nicht. Ja, warte noch mal. Aktivier das Ding, hol uns da raus, hol uns da raus, Junge! Dommel, hol uns da raus! Okay, Dommel, sofort links an die Wand springen. Oder auch nicht, ich wollte es dramatisch machen. Ah, nein! Oh mein Gott! Komm schon, still! Lauf, 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 lauf! Boah, Alter Schwede! Nein! Moment, jemand muss da bleiben! Schnell, schnell! Lauf, lauf, lauf! Ich hab keine Power mehr! Ah! Ah, scheiße, scheiße, scheiße! Oh Gott! Auf einmal war das Wasser da! Was soll der Scheiß eigentlich? Das ist häufig aber verdammte Scheiße. Ach, dieses Geräusch hätte ich vielleicht drauf hinwiesen. Nein! Welches Geräusch? Dommel, ich hau dich rüber! 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 Okay, Dommel, ich hau dich rüber! Okay, Dommel, ich hau dich rüber! Oh, okay, neuer Plan! Ich springe auf das Teil! Ich springe hinten erst gegen die Wand, nochmal zurück auf das Teil, und dann springe ich ganz akkurat auf die Wand. Okay Leute, das ist so dumm zu überstehen. Oh, fuck. Ich hab keinen V-Mail, ich hab keinen V-Mail. Scheiß die Hände! Alter, was? Aber wie kriegen wir das Ding gescheitend anständig? Hey, um! Du hast mir das fast geklaut, du Arsch! Ja, jetzt mach mal vorher, Domme! Ich grebiere hier! Verdammt, auf dich ist aber auch kein Verlass! Ich hab's geschafft! Alter, hat er das noch gepackt, war's ein Wachsverdächt! Warum habt ihr noch nichts gemacht, verdammt! Achso, ich hab vergessen! Voll dich überhaupt! Oh, Alter! Das ist irgendwie schlecht! Ey, wir sind die Besten! Komm, Tim! Tim, komm! Nein! Komm jetzt hier hoch, Domme! Das ist doch schaffbar! Oh mein Gott, 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 oh mein Gott! Komm schon! Alter! Bleib doch da draus stehen! Ich hab mich vertan! Okay, okay, spring! Ist das dreckig knapp! Ah! Ich bleib stehen, nein! Los jetzt, los jetzt! Lauft ohne mich! Lauft ohne mich! Ich schaff das eh nicht! Oder auch nicht! Komm, John! Ach, komm, John! Nein! Nein! Okay, ich schaff das! Was ist das denn? Wir wollen alle drei! Nein! Schneller, du musst schneller sein! Dann kannst du alle drei kommen! Scheiß die Hände! Nein! Ich werd mich umbringen! Ja, okay, aber für das nächste Mal wissen wir, Domme, ne? Das Ding kommt sofort runter! Ja! Ja! Komm! Hau rein jetzt! Das ist so geil! Nein, der hat mir das Ding geklaut! Scheiß Gefühl, was? Ja! Guck mal an! Da pass ich einfach nicht auf! Okay, Domme! Ich warte mir auf Tim! Eins, zwei, drei! Danke! Jetzt hol uns das Haus, Junge! Hol uns das Arm! Nochmal da! Ich brauch nur drei Sekunden! Dann hab ich das Ding! Okay, okay, okay! Also, ich bleib stehen, Dom springt, ja? Und hol uns dann ab! Wow! Ich könnte schnell mal so hoch gehen! Na, fuck! Domme, du bist dran! Bringt uns zwar eh nix! Nee, gar nicht! Der hat's geschafft! Nee! Nee! Das hat gar nicht gepasst gerade! Ich fand, das hat sehr gut gepasst! Könnt ihr mich mal! Das ist so ein Arschloch, ey! Nein! Ihr Fehler! Die Scheiße ist, warum verrecken wir gegenseitig? Wir brauchen uns doch! Ist doch scheißegal! Wir brauchen uns doch! Wir brauchen uns doch! Wir brauchen uns doch! Und zusammen sind stark! Ich bleib jetzt mal hier dran hängen, ey! Ich hab' keinen! Wuuu! Das kommt viel cooler! Okay, jetzt kein Stress! Komm, das Wasser ist noch weit genug weg! Ich seh's aber schon! Ja, okay, dann beeil ich's mir doch mal! Oh fuck! Nein! 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 Okay, Dom, es ist dein! Okay! Das bringt nix! Verdammter Scheiß! Warum schaff' ich das ja noch? Komm, wir schwer aber nicht! Okay, Leute, wenn's diesmal nicht klappt, dann... Dann reiß' ich den Fernseher an, okay? Warum laufen wir nicht einmal alle gleichzeitig los? Das kann doch nicht... Das kann doch nicht wahr sein! Ich drück' direkt nach dem... Rechts! Bevor es überhaupt losgeht! Komm schon, Dom! Du kannst es schaffen! Nein! Nein! Oh Gott! Anderming-Droppel! Was? Anderming-Droppel! Hauptsache! 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 Dommel, jetzt los! Oh mein Gott, Leute! Oh, das klappt! 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 Oh! Nein! Die Schraube doch! 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 Jetzt hol' uns da raus! Bin doch dabei! Sprengomme! Nein! Ey, das Ding ist jedes Mal... Ach, das kann doch nicht wahr sein! Wir hätten ein bisschen warten müssen, das fährt in das Wasser noch rein! Ja, aber wenn das Wasser da ist, dann erwischt es uns auch! Ach, das ist ein bisschen... Vielen Dank.